Mir fiel etwas Seltsames an diesem Kassierer im örtlichen Markt auf. Es war 14 Uhr, aber er begrüßte nicht jeden mit guten Tag. Stattdessen begrüßte er hauptsächlich Erwachsene mit guten Tag. Jüngere Menschen begrüßte er mit guten Morgen und Ältere mit guten Abend. Was für ein albernes Spiel. Ich ging auf ihn zu. Da ich nicht alt genug war, um als Erwachsener bezeichnet zu werden, erwartete ich einen guten Morgen von ihm oder so etwas in der Art. Er sah zu mir auf. Sein freundliches Lächeln verschwand plötzlich und seine Augen veränderten ihren Ausdruck. Traurigkeit. Dann sagte er zu mir, Gute Nacht.